Ambi-Deluxe, Moments for Living. Ein Sicherheitsverschluss, da drehen wir die Dose einmal rum und dann ist das Ganze ab. Und da sind auch schon die Reinigungstabletten drin. Ja, so sehen die aus. 2 Gramm, die sind gepresst und die lösen sich halt mit warmem Wasser am besten auf. Man nimmt eine 2-Gramm-Tablette und 500 Milliliter Wasser und hat dann halt die Reinigungslösung für seinen Kaffee-Vollautomaten oder die Kaffeemaschine. Und das Ganze ist universell verwendbar, das heißt, ihr könnt es mit eurem Markengerät bedenkenlos verwenden. Achtet nur ein bisschen auf die Dosierung. Also wenn die Original-Tabletten vom Hersteller 2 Gramm haben, dann könnt ihr unsere Tabletten 1 zu 1 so verwenden. Wenn die 3,5, 3,8 Gramm haben, dann nehmt ihr einfach zwei Stück von denen und habt das gleiche Ergebnis. Wie groß sind denn eigentlich die Reinigungstabletten von Ambi-Clean? Ja, die sind ungefähr 1,5 Zentimeter in einem Durchmesser und haben eine Dicke von ungefähr einem halben Zentimeter. So sieht man es. Ich habe die Ambi-Clean Reinigungstablette einfach mal in den Tank mit warmem Wasser geschmissen. Und wir haben außerdem Reinigungstabletten aber auch noch das Reinigungspulver. Ambi-Deluxe Moments for Living